Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum großen Wochenausblick von WH Self-Invest. Normalerweise in Kooperation mit FIT4Finanzen, aber der Kollege Andreas Bernstein ist weiter im Urlaub. Ab nächsten Montag werden wir dann wieder komplett hier auch als Team dieses Format bestreiten. Zunächst nochmal der Blick obligatorisch auf den Risikohinweis und dann gehen wir auch gleich rein in die Plattform und starten mit den Analysen. Ja, was bewegt aktuell die Märkte? Es wird sicherlich eine interessante Börsenwoche werden. In den USA stehen die Big Tech Earnings an, das heißt die großen Technologieunternehmen werden in dieser Woche ihre Quartalszahlen vermelden. Da ist sowohl eine Apple mit dabei, eine Amazon, eine Alphabet, eine Meta und viele weitere mehr. Da schauen wir dann im zweiten Teil näher auf die Einzelaktien und zunächst schauen wir aber hier auf die Indizes und starten obligatorisch hier auch mit dem DAX. Zunächst einmal den Kassadax hier repräsentiert vom CFD und da sieht man ja, dass unter anderem vielleicht auch die gefallenen Ölpreise dem DAX zum Wochenbeginn etwas helfen. Wir schauen später gerne auch auf das Rohöl, das doch deutlich nachgegeben hat und mit einem Gap von 4 bis 5 Prozent in die Woche gestartet ist. Hintergrund ist sicherlich etwas die nachlassende Angst vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahost. Es gab zwar Vergeltungsangriffe von Israel auf den Iran, aber die sind etwas weniger umfangreich ausgefallen als befürchtet und man hat sich da auch nur auf wenige Ziele, zum Beispiel Raketenfabriken, konzentriert. Und da muss man jetzt schauen, ob es in diese Richtung weitergeht. Zumindest scheinen die Märkte erst einmal beruhigt in die neue Woche zu starten. Wir haben zu Beginn der Woche leichte Aufschläge im DAX gesehen. Wir sehen nach dem Rücksetzer, den wir in der letzten Woche vollzogen haben, konnte sich der Markt auch schon zum Ende der letzten Woche hin hier stabilisieren. Auf weiter sehr, sehr hohem Niveau im Bereich von 19.400 in der Kasse und von da angesehen haben wir schon wieder die Aufschläge gesehen. Im Future stehen wir natürlich etwas höher aktuell bei ca. 19.600, sind weiterhin in dem stabilen Aufwärtstrend und tendieren weiter in Norden in den kleinen Zeiteinheiten oder ja, nicht unbedingt kleine Zeiteinheiten, aber wenn wir einfach mal Schritt für Schritt das Ganze runterbrechen und schauen uns jetzt die volumenbasierten Indikatoren auf Quartalsbasis an. Der erste Monat des letzten Quartals diesen Jahres ist fast zu Ende und ja, wir haben gesehen, den Rücksetzer in der letzten Woche fast punktgenau zum V-Web des aktuellen Quartals, natürlich auch gleichbedeutend zum V-Web des aktuellen Monats und dort gab es dann im Verlauf der letzten Handelswoche wieder Kaufinteresse. Das heißt, auch hier ist dieses positive bullische Szenario weiterhin ganz klar intakt. Der Markt hat noch nicht die Value Area des Vorquartals getestet. Das zeugt weiterhin von einer enormen Stärke. Auf Monatsbasis natürlich hier auch ein ähnliches Bild. Wir haben natürlich dann auch den V-Web des aktuellen Monats hier getestet in der letzten Woche und da sieht man auch die Aufschläge. Zu Beginn des Monats haben wir ja den Rücksetzer gesehen. Hier haben wir natürlich schon die Value Area des Vormonats getestet, Kaufinteresse gefunden. Das heißt, hier spricht auch in diesem mittelfristigen Bild aktuell vieles dafür, dass dieser Aufwärtstrend auch noch weiter Bestand haben könnte. In den ganz kleinen Zeiteinheiten sieht man auf Wochenbasis war es dann eine leicht abwärtsgerichtete Konsolidierungswoche. Die Abschläge am Montag und am Dienstag, am Mittwoch konnte sich der Markt schon stabilisieren und hat dann letztendlich innerhalb dieser Range auch am Donnerstag und am Freitag oszilliert. Jetzt sehen wir das Aufwärts-Gap zum Wochenbeginn und da sieht man in den kleinen Zeiteinheiten, dass man auf jeden Fall sieht, dass die Käufer hier auch zurück sind. Nach dem Gap hier heute Nacht sieht man, dass die Value Area vom Freitag insgesamt schon dreimal getestet worden ist. Also in den frühen Morgenstunden um gegen 4.40 Uhr, 4.50 Uhr unserer Zeit, dann nochmal gegen 7 Uhr unserer Zeit und dann nach der Kasseröffnung gegen 9 Uhr wurde mehrmals dieses Unterstützungsniveau bei ca. 19.585 hier im Future getestet. Und von daher haben wir eine gewisse Rallye gesehen. Der Markt kommt aktuell zurück. Bei einem nochmaligen Test dieses Niveaus wäre ich eher vorsichtig, da Kaufpositionen einzugeben, weil hier häufiger so eine Marke getestet ist, umso wahrscheinlicher wird dann auch, dass sie irgendwann bricht. Und dann kann es durchaus sein, dass wir dann auch Richtung Gap Close hier handeln könnten. Also da bei einem Test dieses Niveaus eher abwarten, wie der Markt entsprechend reagiert. Hier sieht man auch nochmal das Kassagep eingeblendet in den Futures-Kursen. Hier auch ein bullisches Szenario nach der Kasseröffnung, die Aufschläge und jetzt kommt der Markt zurück. Von daher kann man sich aktuell eher neutral hier verhalten. Und sollte zumindest den Stop, wenn man Long positioniert, ist dann unter das Tagestief setzen, weil darunter, wie gesagt, vermutlich das Gap Close ansteht. Das soweit zum DAX und dann schauen wir gerne rüber zu den US-Indizes. Da gab es doch ein gemischtes Bild in der letzten Woche. Der Dow Jones zum Beispiel war deutlich im Minus, nachdem er ja vorher doch relative Stärke auch gezeigt hatte, sehr, sehr häufig in den letzten Wochen. Aber er kam von den Allzeithochs doch relativ stark zurück und konnte sich nicht wirklich stabilisieren, muss man sagen, vor dem Wochenende. Es gibt jetzt vorbörstlich leichte Aufschläge, aber insgesamt war es eine schwache Woche im Dow Jones. Das sieht man auch in den kleineren Zeiteinheiten. Eine abwärtsgerichtete Trendwoche. Wir haben am Dienstag die Tiefs der vorletzten Woche getestet und die dann letztendlich am Mittwoch gebrochen. Und auch am Freitag kam der Markt nochmal deutlich unter Druck. Jetzt sind wir zum Wochenbeginn, leichte Aufschläge. Aber es ist jetzt eine Gegenbewegung in diesem mittelfristigen oder kurzfristigen Abwärtstrend, möchte ich ihn noch nennen. Es ist noch kein mittelfristiger Abwärtstrend, aber hier im kurzfristigen Bild ein Abwärtstrend. Die erste Gegenbewegung könnte hier durchaus dazu führen, dass im Bereich des Widerstands von ca. 42.580 bis 42.600 hier im Future durchaus nochmal Druck reinkommt. Von daher nicht zu aggressiv versuchen, den Ausbruch über dieses Niveau zu handeln, weil es kann auch sein, zumindest vor der Kasseröffnung, dass hier auch nochmal eine Gegenbewegung folgt. Und in den USA schielen natürlich alle schon zum einen natürlich auf die Quartalszahlen, auf die man gleich noch näher hier schauen werden. Aber natürlich auch auf die US-Wahl, die dann in gut einer Woche nächsten Dienstag hier anstehen wird. Und da kann es durchaus auch sein, dass die Anleger noch ein Stück weit verunsichert und zu kleinen Gewinnmitnahmen, wie hier vielleicht schon im Dow Jones zu sehen, auch führt. Und dann muss man letztendlich schauen, wer das Rennen machen wird, Donald Trump oder Kamala Harris. Es wird vermutlich wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Und dann muss man schauen, die Umfragen zeigen ein gemischtes Bild. Es gibt durchaus einige Umfragen, die dann Donald Trump da auch zumindest ein kleines Stück weit vorne sehen. Es wird vermutlich zu deutlich erhöhter Volatilität führen an den Märkten. Von daher, wenn man dieses große Event dann auch handelt, vielleicht mit etwas kleineren Positionsgrößen arbeiten, weil man muss die Stops vermutlich doch ein gutes Stück weit größer dann auch platzieren, weil die Bewegungen doch vermutlich sehr groß werden könnten, muss man sagen. 2016, wer da schon dabei war, weiß, dass es eine extrem starke Bewegung gab während der Nacht und am nächsten Tag dann ein großes Reversal. Also 2020 war es nicht ganz so eine große Bewegung, aber es war durchaus auch Volatilität da, aber nicht zu vergleichen mit 2016. Von daher sind wir gespannt, wie es in der nächsten Woche ausfallen wird. Auf jeden Fall vielleicht hier schon gewisse Gewinnmitnahmen zu sehen im Dow Jones. Im S&P haben wir eigentlich ein ähnliches Bild gesehen, auch eine Schwäche. Der S&P 500 hat die Woche auch im Minus abgeschlossen, aber weiterhin muss man sagen, kann er sich auch sehr gut auf hohem Niveau hier halten. Man sieht, die Woche war auch nicht so schwach wie im Dow Jones, sondern er konnte doch wichtige Kursniveaus am Sonnerstag und am Freitag zurückerobern und hat dann die Woche nichtsdestotrotz negativ, aber nicht ganz so negativ wie der Dow Jones abgeschlossen. Hier sind wir auch schon wieder innerhalb der Value Area in der Vorwoche. Von daher aktuell die wichtigen Marken im S&P 500 ca. 5.890 auf der Oberseite. Darüber sähe das Bild wieder sehr, sehr bullig aus unter 5.843. Ja, würde ich eher wieder ein negatives Szenario bevorzugen oder vielleicht sogar unter 5.850. Dort hatten wir das meistgehandelte Volumen der letzten Handelswoche und darunter kann es doch wieder sein, dass dann der Verkaufsdruck doch deutlich größer werden könnte. Ja, im Gegensatz dazu waren die Technologiewerte in der letzten Woche doch relativ stark, muss man sagen. Der Nasdaq hat sich da doch dem Ganzen stark entgegengestellt. Das sieht man, er hat nochmal versucht auszubrechen über die 20.500, die wir ja in der letzten Woche ja schon mal als hartnäckigen Widerstand herausgestellt hatten. Und hier sieht man im kleineren Bild, ja, es gab auch Druck am Mittwoch, aber der Markt hat sehr, sehr positiv reagiert am Donnerstag und insbesondere am Freitag dann in den frühen Handelsstunden. Ordentlich zugelegt, er kam dann auch etwas zurück vor dem Wochenende, hat aber letztendlich die Woche ja mehr oder weniger Break-Even abgeschlossen. Und jetzt sehen wir hier schon Aufschläge, das heißt, man sieht ein komplett gemischtes Bild und das hat man nicht sehr häufig. Im Dow Jones sind wir unterhalb der Value Area der Vorwoche, im S&P sind wir innerhalb der Value Area der Vorwoche und im Nasdaq sind wir schon oberhalb der Value Area der Vorwoche. Von daher muss man schauen, ob dieses etwas gegenläufige Bild sich im Verlauf dieser Woche fortsetzt oder ob wir da wieder eine gewisse Annäherung sehen und die Märkte im Verlauf der Woche doch die gleiche Richtungstendenz dann wieder aufnehmen könnten. Ich denke, solange wir oberhalb von 20.550 und insbesondere auch über der Rundenmarke von 20.500 im Nasdaq 100 quotieren, sieht das Bild hier weiterhin sehr positiv, sehr bullig aus. Darunter sollte man etwas vorsichtig sein, da kann es doch sein, dass wir tiefere Kursniveaus hier auch der Vorwoche nochmal testen könnten. Dann hatte ich schon den Ölpreis angesprochen, von daher schauen wir uns den auch gerne an. Hier sind wir jetzt im US-Crued Oil, der sochte Western Texas Intermediate, auch in den Dezember-Kontrakt gerollt. Der November-Kontrakt ist in der letzten Woche verfallen und hier sehen wir doch deutliche Abschläge jetzt nach dem Wochenende. Die kleine Kerze hier nicht verunsichern. Wir haben natürlich in Europa, in Deutschland haben wir jetzt schon die Zeit umgestellt. Auf Winterzeit in den USA wird man das erst in einer Woche tun. Von daher sehen wir jetzt in dieser Woche ein gemischtes Bild, dass einfach die US-Casa-Märkte dann auch eine Stunde früher eröffnen werden, um 14.30 Uhr unserer Zeit. Und dann die Futures auch nicht um 0 Uhr eröffnen, sondern schon um 23 Uhr quasi am Vortag unserer Zeit. Und daher sieht man jetzt diese kleine Tageskerze vom Sonntag. Das ist quasi die erste Handelsstunde hier von 23 Uhr bis 0 Uhr. Und anschließend jetzt die Kerze des heutigen Tages ab 0 Uhr unserer Zeit. Ja, der Markt hat ja mal zu Beginn diesen Monats sehr positiv tendiert, kam dann zurück und das bullische Szenario ist nicht aufgegangen. Die 72-Dollar-Marke hat nicht gehalten letztendlich. Wir sind darunter zurückgefallen, haben jetzt die 72-Dollar-Marke in der letzten Woche von unten getestet und die hat sich doch als sehr starker Widerstand herauskristallisiert. In diesem Bereich haben wir auch das Value-Area-Tief des aktuellen Jahres und des Vorjahres und da kam jetzt ordentlich Druck rein, insbesondere auch aufgrund der geopolitischen Situation in der Ost, dass es zumindest aktuell nicht weiter zu eskalieren droht und daher Öl zu Beginn dieser Woche doch wieder deutlich günstiger. Wir sind unter die 68-Dollar-Marke hier im Future gefallen und ja, da kann es durchaus sein, dass wir jetzt die Jahrestiefs, die wir ja hier im September ausgebildet haben und dann Ende September auch nochmal fast getestet haben, nochmal als Ziel hier auf der Unterseite sehen könnten. Jedenfalls charttechnisch aktuell nicht unbedingt ein Signal oder ein Szenario, das hier auf Long-Positionen hindeutet, sondern eher aktuell die Short-Seite zu favorisieren. Hier sieht man auch deutlicher Druck, der hier aktuell reinkommt in der letzten Handelsstunde mit dem Bruch der 68-Dollar-Marke. Von daher, ja, wer Short positioniert ist, zieht den Stoppen nach, aber aktuell müsste sich doch das Bild merklich wandeln, um hier nochmal auf Long-Positionen hinzuweisen. Schauen wir noch kurz auf den Goldpreis zu Beginn dieser Woche, der auch die letzte Woche wieder sehr stark abgeschlossen hat, auch im Bereich der Allzeithochs quotiert. In der letzten Woche haben wir ja Allzeithochs gesehen, am Mittwoch, dann kam der Markt etwas zurück, konnte am Freitag nochmal deutlich zulegen, was man ja sehr häufig freitags auch sieht. Und in dieser Woche startet der Markt innerhalb der Range, innerhalb der Value Area der Vorwoche. Von daher in den ganz kleinen Zeiteinheiten, 2.737 auf der Unterseite, 2.756 auf der Oberseite. Und da muss man schauen, sollte der Markt ausbrechen, über oder unter die eine oder andere Marke, dann kann man sicherlich kurzfristig in diese Richtung handeln. Das Long-Szenario ist aktuell aufgrund der höheren Zeiteinheiten vermutlich immer noch die bessere Wahl, auch wenn der Goldpreis natürlich sehr, sehr weit gelaufen ist und dem würde auch vielleicht ein etwas tieferer Pullback guttun. Vielleicht sehen wir den dann auch zur US-Wahl, aber aktuell setzen viele weiterhin hier auch auf Gold als sicheren Hafen und der Markt kann sich sehr, sehr gut hier im Bereich der 2.750-Dollar-Marke auch halten. Der Bitcoin kam leicht zurück, schauen wir dann nur auf die kleine Zeiteinheit. Im Verlauf der letzten Handelswoche konnte sie sich stabilisieren. Wir sehen ein kleines Aufwärtsgap zu Beginn dieser Woche, aber das Ausbruchsszenario könnte sich dann weiterentwickeln und vielleicht, wenn es soweit ist, schauen wir dann auch noch mal näher drauf. Aber aktuell bricht der Markt noch nicht über, insbesondere über die runde Marke von 70.000 hier aus. Schauen wir noch ganz kurz auf den Euro-US-Dollar, der eine enorme Schwäche gezeigt hat in den letzten dreieinhalb Handelswochen. Die Trendlinie hat gehalten, das ist ein leicht positiver Punkt in der letzten Woche, aber insgesamt wurden hier sehr, sehr viele potenzielle Unterstützungsbereiche gebrochen und jetzt muss man mal schauen, ob hier vielleicht der Markt weiterhin Kaufinteresse findet, aber aktuell wäre es für mich auch noch zu früh, um hier zumindest mittelfristig Long-Positionen aufzubauen. Ja, das ist soweit in der ersten Viertelstunde hier zu den Indizes Rohstoffen und den Währungsmärkten. Schauen wir dann gerne gleich auf die Aktienmärkte aus den USA und starten gerne hier mit dem Dow Jones, die Gewinner und Verlierer der Vorwoche. Es war ein sehr negatives Bild im Dow Jones, nur vier Einzelwerte haben die Woche im Plus abgeflossen, demzufolge 26 im Minus. Deutliche Abschläge gab es hier zum Beispiel bei einer IBM, bei einer McDonalds und bei der 3M. Leichte Zugewinne auf der anderen Seite bei einer Chevron, Walmart und bei der Microsoft zu sehen, die hier als Wochengewinner mit plus 2,4 Prozent die Woche beendet hat. Im Nasdaq insgesamt auch ein negatives Bild, nur 30 Einzelaktien haben die Woche im Plus beendet, demzufolge 70 im Minus und hier sehen wir auch mal zunächst die negativen Werte mit der Arm Holdings, der Honeywell und der Keurig Dr. Pepper, alle im Bereich von minus 6 bis 6,5 Prozent. Dann gab es auch einige Aktien, die deutlich zugelegt haben. Lululemon, Lululemon Research und allen voran die Tesla, die nach den Quartalszahlen kein Halten mehr kannte und insgesamt 22 Prozent auf Wochenbasis zugelegt hat. Hier noch der Blick auf den S&P 500. Insgesamt sieht man natürlich viele rote Töne, möchte ich sagen, aber es gab den ein oder anderen Ausreißer auf der Oberseite. Hier zum Beispiel mit der Tesla ganz vorne zu sehen, aber auch eine Microsoft, die wir im Dow Jones als Gewinner gesehen haben oder Nvidia haben hier zugelegt. Ja, es gab auch noch den ein oder anderen erfreulichen Wert, zum Beispiel eine Texas Instrument oder auch eine ON Semiconductor. Ansonsten doch insgesamt eher ein negatives Bild. Auch die Coca-Cola wurde stark abverkauft, zum Beispiel nach den Quartalszahlen. Und dann schauen wir gerne auf die Charts und starten auch gerne mit der Microsoft, die wir hier als Gewinner im Dow Jones gesehen haben. Microsoft vermeldet auch in dieser Woche Quartalszahlen. Ich habe die Big Earnings Woche angesprochen. Am Mittwochabend nachbörslich ist es bei der Microsoft dann soweit. Und ja, da könnte sich durchaus hier auch ein Ausbruchsszenario herauskristallisieren. In den letzten Monaten haben wir ja eine Seitwärtskonsolidierung gesehen. Nach den Allzeithochs hier im Juli kam die Aktie sehr, sehr stark zurück. Ist sogar unter den 200-Tage-Durchschnitt gefallen. Der ist aber weiterhin aufwärts gerichtet. Hat hier im Bereich diese Unterstützung von 400 Dollar Kaufinteresse gefunden. Hat diesen Bereich nochmal getestet. Und ja, hat sich zuletzt mehrmals schwer getan, die 430, 435 Dollar Marke zu überspringen. Die gleitenden Durchschnitte aktuell alle relativ neutral zu werten, da sie auch relativ flach ausfallen. Aber über 430 Dollar ist das Potenzial da. Zumindest im ersten Zug vielleicht die Hochs aus dem September zu testen. bei ca. 440, 441 Dollar. Und darüber wäre der Weg durchaus frei, auch nochmal Richtung Allzeithochs zu handeln. Von daher sollte die Aktie hier eine positive Reaktion nach den Zahlen zeigen, würde ich mich nicht entgegenstellen. Und dann kann man dann vielleicht auch in den kleinen Zeiteinheiten versuchen, hier auf den weiter bestehenden Aufwärtstrend aufzuspringen. Ansonsten kann es natürlich auch eine negative Reaktion geben. Dann wäre weiterhin die wichtige Unterstützung hier im Bereich von 400 Dollar angesiedelt. Als Verlierer hatten wir hier die IBM auch mit dabei. Da haben wir in der letzten Woche Quartalszahlen gesehen. Und ja, die haben insgesamt zu einer negativen Reaktion und zu einem Abwärtsgap geführt. Die Aktie war ja in einem lupenreinen Aufwärtstrend seit langer, langer Zeit. Und seit den Hochs, die wir hier Mitte Oktober gesehen haben, kam die Aktie leicht zurück. Hat jetzt letztendlich das Abwärtsgap gezeigt. Aber ich hatte schon vor den Zahlen in der letzten Woche gesagt, vielleicht ist es ja möglich, dass wir hier dieses Unterstützungsniveau testen. Den 50-Tage-Durchschnitt und auch die kleinen Unterstützungsniveaus hier aus dem Pullback-Tief von Anfang Oktober. Von daher, die Woche hat die Aktie sehr negativ beendet. Muss man sagen, auch am Freitagabend im späten Handel war noch mal ordentlich Druck drauf. Von daher wäre ich jetzt am Freitag auch sicherlich noch nicht eingestiegen. Aber da kann man jetzt mal schauen, wie der Markt heute in die Eröffnung reinkommt. Über dem Unterstützungsniveau von 215 Dollar könnte man dann vielleicht zumindest mal versuchen, hier ins Gap reinzuhandeln mit einem sehr engen Stop unter dem Tief der letzten Woche. Ansonsten, ja, darunter sollte man aber auch sehr schnell die Reißleine ziehen, weil dann kann es durchaus sein, dass dieser Rücksetzer noch deutlich tiefer ausfällt. Dann würde ich es auch nicht für unwahrscheinlich erhalten, erachten, dass hier die runde Marke von 200 Dollar noch mal ein Thema werden könnte. Aber durchaus ein interessantes Niveau, dass hier aktuell der IBM getestet wird. Von daher gerne mal für diese Woche hier auf die Watchlist legen und dann schauen, wie die Aktie heute oder auch morgen handelt. Dann schauen wir gerne als nächstes auch auf den Gewinner aus dem Nasdaq 100, die Tesla, die ja nach dem Robo-Event, nach der angekündigten Robo-Party, war die Partylaune sehr, sehr schnell vorbei. Wir haben das Abwärtsgap gesehen und dann ein Handel auf niedrigem Niveau. Aber jetzt muss man sagen, das Kaufinteresse ist zurück. Letztendlich, weil Tesla letztendlich auch auf den Wachstumspfad zurückgekehrt ist, muss man ganz klar sagen. Vorher haben wir zwei Quartale mit doch rückläufigen Ergebnissen gesehen in Folge. Und jetzt sehen wir wieder Gewinnwachstum. Wir sehen auch, dass Tesla für das Gesamtjahr 2024 doch einen leichten Anstieg der Auslieferungszahlen in Aussicht stellt. Nach den doch gesunkenen Auslieferungen im ersten Halbjahr, muss man sagen. Der Umsatz wurde um ca. 8% gesteigert. Der operative Gewinn konnte sogar um mehr als 50% gesteigert werden. Und dazu führte letztendlich ein Rückgang bei den operativen Kosten. Und insbesondere sind die Batterien günstiger geworden. Und da konnte man einiges einsparen. Und die Marge hat sich auch deutlich verbessert. Die operative Marge liegt wieder im zweistelligen Bereich über 10%. Und das hat die Anleger doch erfreut. Insgesamt konnte man bei den Herstellungskosten ein gutes Stück weit zurückkommen. Also das liegt jetzt bei 35.100 Dollar pro Fahrzeug. Und das ist der niedrigste Wert, den man jemals ausgewiesen hat. Und da scheint es doch so zu sein, als hätte man da doch einiges richtig gemacht in den letzten Quarzahlen. Insbesondere auf der Kostenseite, um hier nochmal den richtigen Kurs aufzunehmen. Und den richtigen Kurs hat die Aktie dann auch in der ersten Reaktion nach den Zahlen aufgenommen. Und damit sind wir jetzt auch wieder an einem Schlüsselniveau. Wir haben den Bereich von 265 bis 270 Dollar sowohl im Juli als auch dann nochmal hier Ende September getestet. Die Aktie kam jeweils stark zurück. Jetzt testen wir wieder diesen Bereich. Nach der starken Bewegung von über 20% innerhalb einer Woche wäre ich aber jetzt vorsichtig und würde nicht unbedingt hier auf einen Ausbruch direkt spekulieren oder zumindest direkt versuchen hier einzusteigen, weil das Stop-Management aktuell für mich zumindest als Zwing-Trader recht schwierig wäre. Also entweder die Aktie bricht direkt aus und kommt zurück. Dann würde ich eher versuchen beim Rücksetzer, bei dem höheren Tief auf Tagesbasis einzusteigen und den Stop unter dieses Niveau zu platzieren. Oder die Aktie kommt jetzt nochmal leicht zurück, vielleicht in dieser Woche und wagt dann in der nächsten oder übernächsten Woche den Ausbruch. Und auch dann könnte man den Stop- und das Risikomanagement aus meiner Sicht besser handeln. Von daher nicht unbedingt heute für mich Handlungsbedarf in der Tesla, wenn ich nicht investiert bin, sondern dann eher ein paar Handelstage abwarten und die Aktie weiter beobachten. Schauen wir uns noch ein negatives Beispiel hier an aus dem Nasdaq. Und zwar ist das die Arm-Holding, die hier auch als einer der Verlierer aufgelistet war. Insgesamt ist die ja weiterhin innerhalb der großen Konsolidierungs-Range. Was positiv war, war die Reaktion am 200-Tage-Durchschnitt hier im September. Seitdem hat sie Aufstecke gezeigt, kam aber hier auch stark zurück in den letzten anderthalb Wochen. Von daher über 150 Dollar wäre für mich die Aktie auch wieder ein Kauf. Die ist auch immer sehr volatil, vielleicht auch eher in den kleineren Zeiteinheiten, vielleicht auch nur Intraday oder für wenige Tage. Aktuell besteht einfach die Gefahr, solange wir wieder innerhalb dieser Range sind, dass wir vielleicht auch nochmal zurückfallen, vielleicht sogar nochmal den 200-Tage-Durchschnitt testen könnten. Also aktuell die Aktie auch eher beobachten und über 150 Dollar. Eventuell sollte es ins aktuelle Szenario, ins persönliche Szenario reinfallen. Die Aktie ist durchaus ein Kaufkandidat. Dann schauen wir gerne auf die prall gefüllte Quartalssaison in dieser Woche. Und da geht es dann so richtig los mit der PayPal am morgigen Tag vorbörslich. Die Aktie hat letztendlich ja den Turnaround geschafft. Wir haben es schon mehrmals angesprochen, nachdem es ja im Frühjahr noch gescheitert ist. Der Ausbruch im August, der Rücksetzer Anfang September und seitdem kennt die Aktie eigentlich kein Halten mehr. Hat hier wichtige Kursniveaus zurückerobert. Kann sich auch sehr, sehr gut über der 80-Dollar-Marke halten. Und jetzt muss man schauen, ob da auch die Quartalszahlen, die fundamentalen Daten, das Ganze untermauern. Ob da entsprechend wieder das gewünschte Wachstum vorhanden ist. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Aktie weiterhin hier auch diese Richtung beibehält. Und dann vielleicht perspektivisch auch die 90-Dollar-Marke und irgendwann vielleicht auch die 100-Dollar-Marke testen könnte. Es besteht aber einfach auch die Gefahr, nachdem die Aktie jetzt doch sehr weit gelaufen ist. Und innerhalb kürzester Zeit sollten die Zahlen doch negativ interpretiert werden oder ausfallen, dass die Aktie etwas zurückkommt. Der 50-Tage-Durchschnitt ist ja sicherlich ein potenzieller Unterstützungsbereich. Also 75-Dollar-Marke, 75-76-Dollar-Marke als potenzielle Unterstützung einmal hier angesprochen. Und in diesem Bereich würde ich mir die Aktie auch nochmal anschauen, um dann vielleicht einzusteigen, wenn man nicht investiert ist oder aufzustocken, wer hier auf dieser Wegstrecke hier schon vielleicht die Teilgewinne mitgenommen hat und den Stopp nachgezogen ist, hat also auf Tagesbasis, würde ich den Stopp auch unter diese 75-Dollar-Marke vielleicht legen, weil darunter wäre dann das positive Szenario auch erst einmal dahin. Dann gibt es einige weitere Schwergewichte, die auch am Dienstag vermelden. Schauen wir uns vielleicht noch die EMD an. Ja, die weit entfernt ist von den Allzeithoos, letztendlich hier innerhalb dieser Konsolidierungsrange auch gefangen ist. Also über 170 Dollar würde ich mir die Aktie näher anschauen für den Kauf. Unter 150 Dollar würde es wieder sehr negativ werden in der Aktie. Also das sind so die Marken, dazwischen nicht unbedingt Handlungsbedarf hier in der Advanced Micro Devices. Alphabet als einer der Mega-Caps vermeldet, auch am Dienstag nachbörslich. Und auch hier könnte sich ein Ausbruchsszenario herauskristallisieren, über 169 Dollar. Die Marke wurde jetzt doch einige Male getestet, ist denke ich der Weg wieder frei, den Aufwärtstrend aufzunehmen. Hier ist noch ein Gap offen aus dem Sommer, das potenziell geschlossen werden könnte im Bereich von 177 bis 182 Dollar. Also sollte die Aktie nach oben ausbrechen, insbesondere über 170 Dollar, wäre sie tendenziell ein Kaufkandidat zu den genannten Marken und dann auch wieder Richtung Allzeithochs unter 160 Dollar, wäre das Bild aber hier sehr negativ. Also den Stop entsprechend eng platzieren, wer hier sich positioniert. Dann geht es am Mittwoch, wie gesagt, weiter mit der Microsoft, auf die wir schon kurz geschaut haben. Und auch die Meta-Plattforms wird am Mittwoch nachbörslich vermelden. Die kann sich weiterhin sehr, sehr gut halten. Hier auch nach den Allzeithochs über 600 Dollar kam sie etwas zurück. Aber die wichtige Unterstützung, die es zu halten gilt, aus meiner Sicht ist dieser Bereich von ca. 543 bis zur runden Marke von 550 Dollar. Dort liegt auch der 50-Tage-Durchschnitt knapp darüber. Also diese Marke muss halten, um diesen schönen Aufwärtstrend weiter intakt zu halten. Also vielleicht sehen wir ja einen Rücksetzer bis in den Bereich von 550 Dollar. Und das wäre für mich wieder ein Niveau, wo ich mir die Aktien näher für den potenziellen Kauf anschauen möchte. Unter 550 Dollar ist aber eher Vorsicht gewohnt. Da könnten wir auch in dieser Range erstmal verharren und vielleicht sogar in den 200-Tage-Durchschnitt, der so langsam Richtung 500-Dollar-Marke ansteigt, hier nochmal testen. Und dann am Donnerstag, ja, weitere drei Schwergewichte mit Amazon, Apple und Intel. Schauen wir uns gerne die Apple zunächst einmal an. Die kann sich auch sehr, sehr gut hier im Bereich der Allzeithochs halten, die bei 237 Dollar ausgebildet worden sind, über dem 50-Tage-Durchschnitt. Ja, sollte man sich auf keinen Fall dem starken Trend entgegenstellen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sollten die Zahlen gut ausfallen, hier auch neue Allzeithochs ein Thema sein könnten. Darunter muss man schauen, wir sind aktuell innerhalb dieser großen Range und da kann es natürlich auch sein, dass hier das zu gewissen Gewinnmitnahmen kommt, innerhalb dieser Range. Also das ist weiterhin hier die Hürde, die es zu knacken gilt. Auf der Oberseite 236 bis 237 Dollar. Darunter kann es auch sein, dass wir nochmal tiefere Kursniveaus hier testen. Und dann noch die Amazon, die hier auch ja ähnlich vielleicht wie auch Alphabet ein Ausbruchsszenario ausbildet. Sie hat sich sehr schwer getan mit der 190-Dollar-Marke, über 190 Dollar. Der Weg frei zu den Septemberhochs bei 195 Dollar und dann sicherlich darüber auch zur 200-Dollar-Marke und zu den Allzeithochs unter 190 Dollar wäre ich weiterhin sehr, sehr vorsichtig. Da kann es auch sein, dass wir hier Abschläge oder diese Range nochmal durchlaufen werden. Ja und das war es schon fast hier zum offiziellen Teil. Die halbe Stunde vergeht wieder wie im Fluge. Von daher, ich sehe es schon viele, viele Fragen da und die schaue ich mir jetzt gerne noch an. Wer dabei bleibt und noch Fragen hat, Wunschwerte hat, die schauen wir uns gerne jetzt noch an. Ansonsten wünsche ich allen schon mal eine sehr erfolgreiche Handelswoche, einen guten Start in diese Börsenwoche, die ja auch etwas verkürzt ist, zumindest in Teilen Deutschlands gibt es ja am Freitag den Feiertag mit Allerheiligen. Ansonsten, ja, es wird eine spannende Woche werden mit den vielen Zahlen und dann sehen wir uns spätestens nächsten Montag hoffentlich wieder, hier um 10.30 Uhr. Und jetzt schaue ich mal rüber auf die Fragen. Hier gibt es schon einige Wunschwerte, da gehen wir gerne mal an. Ja, die Coinbase wurde hier angesprochen. Coinbase vermeldet auch Quartalszahlen in dieser Woche und zwar auch am Mittwoch nachbörslich. Ähnlich wie Meta und Microsoft. Die Coinbase hatte ja Schwäche gezeigt hier im September, konnte sich aber mittlerweile in den letzten zweieinhalb Wochen eigentlich wieder ganz gut berappeln. Und über, wenn ich hier mal die Linie fortschreibe, über 200 Dollar ist die für mich eigentlich wieder positiv zu werten. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier nochmal, ja, dass der Aufwärtstrend aufgenommen wird. Der 50-Tage-Durchschnitt dreht auch wieder so langsam aufwärts. Wir haben noch nicht die bullische Anordnung der drei markanten, gleitenden Durchschnitte. Aber über 200 Dollar würde ich sagen, ist hier das positive oder überwiegt hier das positive Szenario aus meiner Sicht. Und man kann schauen, ob dann vielleicht in die Hochs, die wir hier in diesem Jahr gesehen haben, auch nochmal zum Thema werden könnte. So, dann schaue ich mal hier auf weitere Werte. Union Pacific Corporation. Ja, da kann ich jetzt auch nur was zum Chart sagen, weil ich auch weitere Daten nicht kann. Ich bin mir nicht sicher, ob hier in der letzten Woche Quartalszahlen vermeldet werden wurden oder was für News hier rauskam. Auf jeden Fall deutliche Abschläge hier nach diesem News-Event in der letzten Woche. Auch unter sehr hohem Volumen, muss man sagen. Da wäre ich jetzt aktuell vorsichtig in dieser Aktie. Sie konnte sich hier zumindest Intraday am Donnerstag die 228 bis 230 Dollar Marke halten. Das ist so eine kleine Unterstützung, die man hier auch durchaus im Chart sehen kann. Darunter wären dann sicherlich die Jahrestiefs nochmal ein Thema. Aber jetzt für mich nicht unbedingt eine Aktie, in die man einsteigen muss aus Swing Trading Sicht. Man ist unter die gleitenden Durchschnitte mit einem relativ großen Gap zurückgefallen. Natürlich kann man auf eine Gegenbewegung spekulieren. Da würde ich den Stop aber extrem eng hier setzen wollen. Und ansonsten ist es eine große Konsolidierungsrange letztendlich, die man hier sieht. Aber nicht unbedingt ein starkes Signal, das ich hier aktuell sehe. Ich denke, damit ist hier das Ticker-Symbol gemeint. Deckers Outdoor Corporation. Ja, die sieht charttechnisch extrem stark aus, muss man sagen. Der Aufwärtstrend hier ist fast wie aus dem Lehrbuch. Und man sieht den 200-Tage-Durchschnitt, der hier das ein oder andere Mal fast punktgenau getestet worden ist. So auch in der letzten Woche, vermutlich auch vor den Quartalszahlen. Und ja, da sieht man sehr häufig, dass News dann auch der Richtung des Trends folgen. Oder die erste Reaktion nach den News. Und hier sehen wir das Aufwärtsskip, nachdem der 200-Tage-Durchschnitt fast punktgenau getestet worden ist. Die Aufschläge. Von daher eine extrem starke Aktie in einem extrem starken Aufwärtstrend. Da würde ich auf jeden Fall nur Long-Positionen in Erwägung ziehen. Wer investiert ist, platziert den Stopp unter 150 Dollar. Ansonsten vielleicht kann man hier auch noch einen kleinen Rücksetzer jetzt in kleineren Zeiteinheiten abwarten. Und dann nochmal versuchen einzusteigen in diese Aktie und auf die Hochs hier aus dem Juno zu spekulieren. Auf jeden Fall, ja, ein mustergültiger Aufwärtstrend und da würde ich auf jeden Fall vielleicht auch versuchen nochmal einzusteigen auf der Long-Seite, wenn mich diese Aktie interessiert und den Stopp auf keinen Fall tiefer als die genannte 150-Dollar-Marke hier platzieren. Dann ist hier noch eine deutsche Aktie und ja, die SAP hatte ich noch auch von letzter Woche. Hier auch ein Trading Review, die hatte ja Anfang der letzten Woche auch Quartalszahlen vermeldet. Wurde zunächst leicht abverkauft, aber wir waren ja auch auf Allzeithoß und dann hat sie aber diese positive Tendenz wieder aufgenommen. Von daher auch hier ist der Aufwärtstrend ganz klar intakt. Dann ist hier die Münchner Rückgewünscht. Jetzt muss ich mal gerade schauen, dass ich hier... Doch, da haben wir die Xetra MUV2, das ist die richtige Aktie an der Xetra. Die Münchner Rück ist auch an einem sehr stabilen Aufwärtstrend, wie ich finde. Sie kam hier nochmal Anfang Oktober etwas zurück, hat dann neue Hochs ausgebildet. Aktuell testet sie den 100-Tage-Durchschnitt von oben, aber ich denke, über 450 Euro ist hier auf jeden Fall aus meiner Sicht das positive Szenario zu bevorzugen. Sie kam sehr, sehr stark zurück. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass hier nochmal der 200-Tage-Durchschnitt und auch diese horizontale Unterstützung Thema werden könnte. Ich würde noch etwas abwarten in dieser Woche. Also ich würde vielleicht, sollte sie jetzt schon früher drehen, dann erst über 486 Euro nochmal versuchen einzusteigen. Ansonsten vielleicht testen wir hier nochmal den Bereich von 450 Euro dann zusammen mit dem 200-Tage-Durchschnitt. Und dann kann man hier vielleicht auch ein Einstiegsszenario finden in den kommenden Worten. Also gerne mal beobachten die Aktie, aber ist für mich am heutigen Tag jetzt nicht unbedingt hier ein Kaufkandidat. So, dann schaue ich mal weiter, was es hier noch für Wünsche gibt. Dann sind wir wieder bei den US-Aktien. Die Pfizer ist hier noch gewünscht, die ja zunächst einmal hier in einem extrem starken Abwärtstrend war im vorletzten Jahr und dann für mich sich aktuell hier immer noch in der Bodenbildung befindet, beziehungsweise in einer sehr langen Seitwärtskonsolidierung. Man sieht, die Aktie kam immer wieder zurück, hat hier schon mal im August den Ausbruch versucht, aber kam dann ja wieder in diese Range zurück. Die sieht für mich so ähnlich vielleicht aus wie die PayPal mit zunächst einem gescheiterten Ausbruchsversuch hier im Frühsommer. und ist für mich potenziell natürlich noch ein Turnaround-Kandidat dann vielleicht für Ende des Jahres oder auch erst zu Beginn nächsten Jahres. Aber aktuell kommt sie doch wieder stark zurück auf der Unterseite. Ja, kann man zum einen sicherlich hier eine Unterstützung im Bereich von ca. 28 Dollar einzeichnen. Natürlich auch noch etwas tiefer, wenn man die Teams aus dem Juno noch heranzieht. Aber aktuell ist hier in dieser Range für mich also nicht unbedingt Handlungsbedarf gegeben. Sollte ich es hier nochmal nach oben ausbrechen und dann vielleicht einen Rücksetzer zeigen, würde sich vielleicht ein interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis ergeben. Aber aktuell sehe ich das nicht wirklich nach der Schwäche in der letzten Handelswoche. PM Philipp Morris ist hier noch gewünscht, die sehr stark zugelegt hat hier in der letzten Woche unter extrem hohem Volumen, muss man hier auch sagen, gehandelt wurde und deutlich zugelegt hat. Ich denke, das ist auch dann ein neues Allzeithoch, das wir hier gesehen haben. Jetzt kommt sie etwas zurück, also ein sehr, sehr starker Aufwärtstrend, den wir hier sehen in der Philipp Morris. Vielleicht sind wir ja hier ein Rücksetzer zu den alten Hochs bei ca. 127, 128 Dollar. Sollte sich die Aktie da halten können, denke ich, kann man weiterhin hier bullische Szenarios favorisieren. Ansonsten sollte sie da runter zurückfallen, kann es natürlich sein, dass sie hier eine Konsolidierungsrange auf hohem Niveau ausbildet. Zu Apple war hier auch noch eine Frage, ja, da muss man ja schauen, schreibt jemand vom Flop des iPhone 16 insgesamt, versucht sich Apple natürlich auch immer Reiter aufzustellen, ist nicht mehr so abhängig nur von den iPhone-Absatzzahlen wie in der Vergangenheit. Auch im KI-Bereich, ja, ist man da ein Stück weit zurück oder es hat etwas länger gedauert, bis man da auch die vielleicht die nötigen Investitionen getätigt hat. Also für mich ist es trotzdem immer noch ein extrem starker Wert und alleine aufgrund davon würde ich jetzt nicht auf einen Rücksetzer spekulieren. Also ansonsten, wenn die Gesamtumsatzzahlen stimmen und die entsprechenden Margen und Gewinne und insbesondere schaut man auch mittlerweile sehr genau auf den Service-Bereich, auf die wiederkehrenden Einnahmen mit der Apple Cloud und Co. und sonstigen Dienstleistungen, die man links und rechts anbietet. Von daher, solange das Gesamtkonzept bei Apple stimmt, sehen Investoren das in der Regel weiter positiv und werden auch häufig mit Aufschlägen belohnt. Von daher, ja, schauen wir uns gerne das Gesamtzahlenwerk dann am Donnerstag an und dann auf die entsprechende Reaktion. So, noch eine letzte Aktie und dann denke ich, habe ich die meisten Fragen hier auch wieder beantwortet. Die THC, die T-Net Healthcare, kenne ich aus unserem Stockbox-Service ganz gut, weil sie ja lange, lange in einem starken Aufwärtstrend war. Kommt jetzt etwas zurück. Hier ist auch unter den 100-Tage-Durchschnitt gefallen. Von daher charttechnisch würde ich hier eine Unterstützung im Bereich von ca. 130 Dollar einzeichnen wollen. Und nach so einem starken Run gibt es auch häufiger mal einen etwas tieferen Pullback. Von daher, ich denke, in einigen Tagen zieht auch der 200-Tage-Durchschnitt in diesem Bereich nach. Also im Bereich von ca. 130 bis 133 Dollar sehe ich hier eine größere Unterstützung. Und vielleicht auch wieder ein Szenario, um in die Aktie einzusteigen, sollte sich da vielleicht auch eine Umkehrformation in den kleineren Zeiteinheiten herausstellen. Ja, wie gesagt, die Aktien kann man kostenlos über Freestalks handeln, die US-Aktien und auch die Optionen, weil danach wird auch immer wieder gefragt. Die Optionen, die sind nicht in unserer normalen Demo mit drin, aber wer gerne eine Optionsdemo hätte, kann uns gerne kontaktieren per E-Mail an die Info at freestalks.com. Und dann können wir auch da eine begrenzte Optionsdemo einmal zuschicken und dann kann man gerne auch mal den kommissionsfreien Handel von Optionen über Freestalks testen. Ansonsten, wer sich hier für die deutschen Aktien, für die Münchner Rück und Co. interessiert, dem sei unser Multimärktekonto ans Herz gelegt. Da kann man ja alle Werte letztendlich handeln, egal ob ETFs, Optionen, deutsche Aktien, europäische Aktien. Also insgesamt mehr als 150 Börsenplätze in 33 Ländern und das zu sehr guten Konditionen über das Partnerkonto von Interactive Brokers. Deutsche Aktien ab 93 über die Xetra, über T-Gate 1,90 und auch die anderen Konditionen, denke ich, sind mehr als konkurrenzfähig. Zinsen gibt es auch auf das Konto ab einer gewissen Mindesteinlage. Von daher gerne auch mal dieses Konto in Erwägung ziehen. Ja, das war es von meiner Seite. Dann wünsche ich allen noch mal eine erfolgreiche Handelswoche. Ja, ein paar gute Tage und dann sehen wir uns spätestens nächsten Montag wieder. Dann wieder mit dem Kollegen Andreas Bernstein in gewohnter Runde. Und dann werden wir auch wieder viele Einzelaktien hier in unseren Sonderformaten analysieren und sehen uns dann sicherlich fast täglich wieder. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.